Sehr geehrter Herr Prozent bzw. Präsident Freiburg, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich mich herzlich bedanken für die liebe Einladung, dass ich hier Ihnen meine Forschungsergebnisse inservieren darf. Bei jedem Planzen sammeln, stellen hunderttausende Informationen. Man kann mit elektromagnetischen Federn ganz simpel über die Resonanzfrequenz sammeln so anlegen, dass Urpflanzen entstehen, ein beschleunigtes Wachstum hervorgerufen wird und andere Phänomene auftreten, die man sich kaum erwarten kann. Es steht sozusagen bei diesen Forschungen ein richtiger Pflanzenkrimi und keiner kann voraussagen, wie diese Pflanze wachsen wird. Lassen Sie sich überraschen mit diesem Pflanzenkrimi, der Sie erwartet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.